Hallo, schön, dass Du da bist und ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst. Beim Podcast Pflegeambulant leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder Deine Gastgeberin, Claudia. Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Herzlich Willkommen zur Serie rund um die Teambesprechung. Die 32. Folge heißt Dienstbesprechung – Nichts ändert sich. Oder Wie wird mein Team verantwortungsbewusster? Du hörst in dieser Folge meine Antwort auf diese Hörerfrage. Hallo, Claudia. Immer wieder fällt auf, dass die Pflegekräfte kaum oder nur wenig Verantwortungsbewusstsein für die gefahrenen Touren zeigen. Es werden Leistungen abgezeichnet, die nicht durchgeführt werden, Kompressionsverbände mit einem Wickel durchgeführt, weil die Kundin es so will, und Verschiedenes mehr. Die PDL spricht sowas in jeder Dienstbesprechung an, aber nichts ändert sich. Vielen Dank an die Schreiberin für diese wichtige Frage. Ich weiß, dass diese Frage ganz viele andere auch beschäftigt. Nachdem Du diese Folge gehört hast, hast Du vielleicht die eine oder andere Idee, was Du auf der nächsten Teambesprechung einmal anders machen willst. Möchtest Du mehr wissen? Dann mach es Dir jetzt bequem und genieße die kleine Impulse-Einheit für Deine Ohren. Den Text zum Lesen und noch mehr Infos findest Du auf meiner Webseite www.chc-team.com Meine Mitarbeiter sollen mehr Verantwortungsbewusstsein für die gefahrenen Touren entwickeln. Meine Mitarbeiter sollen sich also verändern. Sie sollen etwas anders machen als bis jetzt. Das, was ich selbst bisher gemacht habe, nämlich das Thema oder die Themen auf Dienstbesprechungen ansprechen, immer wieder hat nicht zum Ziel geführt. Also muss ich als Leitung etwas verändern. Als allererstes frag Dich bitte einmal, ob es Sinn macht, alle Deine Mitarbeitenden auf einer Dienstbesprechung mit diesem Thema zu beglücken. Oder ist es vielleicht besser, Einzelgespräche zu führen? Bleiben wir einmal dabei, dass Du das Thema auf der Dienstbesprechung besprechen möchtest oder lieber bearbeiten möchtest. Dann ist die allerallererste Devise quasi der Mutterboden des weiteren Vorgehens. Geh mit einer offenen, mit einer offenen und nicht mit einer vorwurfsvollen oder verzweifelten Haltung in die Dienstbesprechung. Als nächstes nenne das Ziel Deines Themas auf der Dienstbesprechung. Als Beispiel könntest Du sagen, heute wollen wir gemeinsam erarbeiten, wie wir es schaffen, dass erstens, alle genau das beim Pflegekunden tun und abzeichnen, was vertraglich vereinbart ist und zweitens, wenn mehr Bedarf oder anderer Bedarf von Euch festgestellt wird, die Information nach der Tour zu mir kommt. Zwei Dinge sind bei diesem Punkt wichtig. Die Formulierung, heute wollen wir gemeinsam erarbeiten, wie wir es schaffen. Mit diesem Beginn Deiner Zielformulierung hast Du schon ganz viel deutlich gemacht. Du sagst nämlich, wir wollen es gemeinsam und wir wollen es erarbeiten. Und mit der Formulierung, wie wir es schaffen, leitest Du die Gedanken und den Blick in die Zukunft. Das Zweite, was ganz wichtig ist, sag konkret, was Ihr schaffen wollt. Und sag bitte nicht, wir wollen es schaffen, wie wir mehr Verantwortung übernehmen. Das ist so ein weites Feld, mehr Verantwortung übernehmen, das ist nicht konkret genug. Also egal, ob es jetzt um dieses Thema geht bei Dir oder um ein ganz anderes, sag genau, was Dein Zielzustand ist, Dein Wunschzustand für die Zukunft. Als nächsten Schritt empfehle ich Dir, Dich an den fünf Stufen der konstruktiven Kritik anzulehnen. Ich nenne die fünf Stufen einmal. Erste Stufe, nenne die Tatsachen. Zweite Stufe, setze eine emotionale Ich-Botschaft. Dritte Stufe, Auswirkungen. Damit ist gemeint, welche Auswirkungen hat es, dass die Tatsachen so sind, wie sie sind und dass Du diese von Dir genannte emotionale Beteiligung, Betroffenheit hast. Vierter Schritt, Lösungen. Fünfter Schritt, Vereinbarungen. Die fünf Stufen der konstruktiven Kritik werden sehr gut im Mitarbeitergespräch, also eher im Vier-Augen-Gespräch angewendet. Da heißen die auch ein ganz klein wenig anders. Hier für die Dienstbesprechung sage ich deswegen auch, lehne Dich an die fünf Stufen der konstruktiven Kritik an. Wie die fünf Stufen genau heißen und wie Du sie im Mitarbeitergespräch verwenden kannst, das verlinke ich Dir im Bonus-Material auf meiner Webseite unterhalb des Audio-Players. Kommen wir zu dem Schritt Nummer eins, Tatsachen nennen. Hier ist es total wichtig, dass Du sachlich die Tatsachen nennst. Also, vielleicht kannst Du ja sogar konkrete Zahlen nennen. Dir ist bei der letzten Abrechnung aufgefallen, dass es fünf Fälle gegeben hat, bei denen Leistungen abgezeichnet wurden, die nicht erbracht worden sind. Oder Du sagst, nach der letzten Abrechnung haben sich zwei Angehörige beschwert, dass Leistungen abgezeichnet wurden, die angeblich nicht erbracht worden sind. Du kannst auch sagen, ich habe festgestellt, dass bei der Frau Müller oder der Frau Meier Kompressionsverbände mit einem Wickel durchgeführt wurden, obwohl es anders vereinbart geworden ist. Du kannst auch sagen, was die Tatsachen angeht, bei der monatlichen Überprüfung habe ich festgestellt, dass in 22 Fällen die Handzeichen nicht eingetragen wurden. Sachlich meine ich, vermeide bitte Nullmengen oder Vielmengen. Zur Nullmenge gehört, nie machst Du oder Ihr die Handzeichen oder nie haltet Ihr Euch an das, was vereinbart worden ist. Das ist eine Nullmenge oder eine Vielmenge, könnte sich so anhören, immer werden die Handzeichen vergessen. Oder immer werden bei Frau XY mehr Leistungen abgezeichnet, als erbracht worden. Nullmengen und Vielmengen wirken psychologisch auf eine ganz bestimmte Art und Weise, aber ich möchte zu den psychologischen Hintergründen und auch zum didaktischen Vorgehen in den nächsten Podcast-Folgen nochmal eingehender erzählen. Also wir waren beim Schritt 1 der konstruktiven Kritik, nenne sachlich die Tatsachen. Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass Du mit einer offenen Haltung in Deine Teambesprechung gehst und eher nicht so Dich von dem Vorwurf oder dem Ärger treiben lässt, weil sonst würde die Beschreibung der Tatsache wahrscheinlich nicht so sachlich klingen. Deine emotionale Beteiligung kommt beim zweiten Schritt zum Zug, nämlich bei Deiner Ich-Botschaft. Sag hier ganz deutlich, welche Gefühle Dich bewegen. Zum Beispiel, je nachdem wie Du selbst gestrickt bist, kannst Du sagen, das macht mich wahnsinnig oder das ärgert mich unglaublich. Du kannst aber auch sagen, daran verzweifle ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Viele sagen an der Stelle, wenn ich eine Ich-Botschaft setze, dann mache ich mich ja schwach. Nein, ganz im Gegenteil. Du sagst sehr deutlich und klar, das, was Dich emotional bewegt, dass Dich Gefühle bewegen, und zwar Gefühle, die nicht gerade der positiv-optimistischen Quelle entspringen, das ist doch völlig klar. Wenn Du dasselbe Thema schon x-mal auf Deiner Dienstbesprechung angesprochen hast und Du musst Dich permanent wieder über dieselben Sachen ärgern, Du verschwendest Zeit, dann macht das mit Dir emotional was. Und es ist total wichtig, dass Du diese emotionalen Gefühle in einer Ich-Botschaft ausdrückst. Was macht das mit Dir? Weil wenn Du das nicht deutlich sagst, das reicht ja auch, wenn Du einen einzigen Satz sagst, wenn Du das nicht sagst, dann wird sich Deine Verärgerung, Deine Enttäuschung, Deine Verzweiflung, wird sich immer wieder einen Weg suchen in Deiner Ansprache, in dem, was Du erzählst, sich Ausdruck zu verleihen. Ja, und wenn Du Deine Ich-Botschaft gesetzt hast, dann kannst Du hier wertschätzend nochmal Dein Ziel wiederholen, dass Du ungefähr so sagst, ich möchte, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Und hier war das Wort gemeinsam, gemeinsam wichtig, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Und jetzt kommt die Wertschätzung, weil ich bin davon überzeugt, alle Fähigkeiten und alle Kompetenzen, um eine Lösung für dieses Thema zu finden, sind hier im Raum versammelt. Der dritte Schritt in der konstruktiven Kritik nennt sich Auswirkungen. Also es gibt ja unglaublich viele Auswirkungen, die eine Handlung oder die ein Verhalten nach sich zieht. Da ist immer eine Auswirkung auf den Pflegekunden. Es gibt immer eine Auswirkung auf den Pflegedienst. Da ist meistens auch eine Auswirkung auf das Team, aber auch eine Auswirkung auf die Zusammenarbeit zwischen Dir und Deinem Team. Und es hat Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe, hier ganz bestimmt auf Deinen Zeitaufwand innerhalb der Arbeitsabläufe. Du könntest jetzt auf der Dienstbesprechung, könntest Du jetzt alles aufzählen, welche Auswirkungen das Verhalten hat, dass eben keine Handzeichen oder oft keine Handzeichen gemacht werden oder andere Leistungen erbracht werden. Die Auswirkungen könntest Du alle aufzählen. Davon bin ich ganz, ganz überzeugt. Ich empfehle Dir hier an dieser Stelle, es nicht zu tun, sondern die Frage in Dein Team zu geben. Und die Frage lautet, welche Auswirkungen hat das, was ich gerade aufgezählt habe? Halte es so pauschal wie möglich. Welche Auswirkungen hat das, wenn Leistungen erbracht werden und, nee, anders, wenn Leistungen abgezeichnet werden, die gar nicht erbracht wurden, wenn Handzeichen von Leistungen, die erbracht wurden, fehlen, wenn andere Verrichtungen getan werden, als die, die wir vertraglich vereinbart haben? Welche Auswirkungen hat das? So, wie kannst Du jetzt vorgehen, wenn Du diese Frage in Dein Team gibst? Wenn jetzt, stell Dir jetzt vor, die sitzen alle vor Dir und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Du durchaus, naja, so eine Bandbreite an Reaktionen bekommst, betretenes Schweigen auf der einen Seite, aber möglicherweise auch Mitarbeitende, die sich gar nicht angesprochen fühlen, die eher, ja, ärgerlich sind, die dann eher sagen, ich mache das nie oder in Rechtfertigung gehen, aber die Frau Meier will das doch immer so. Und deswegen empfehle ich Dir, diese Frage jetzt nicht an Dein gesamtes Team zu stellen, sondern, dass Du Gruppen einteilst. Mindestens drei, maximal fünf Leute zusammen in einer Gruppe. Du kannst die Auswirkungsbereiche, kannst Du auf die Gruppen aufteilen oder Du kannst alle Gruppen, alle fünf Bereiche bearbeiten lassen. Zu welcher Variante Du Dich entscheidest, das hat etwas damit zu tun, wie viele Mitarbeitende in Deiner Dienstbesprechung und Teambesprechung sind. Wenn es mehr als 25 sind, dann würde ich die Bereiche auf die Gruppen aufteilen. Also das bedeutet, jede Gruppe bekommt einen Auswirkungsbereich. Und wenn Du noch mehr Leute in Deiner Dienstbesprechung hast, dann kannst Du durchaus die für Dich wichtigsten Auswirkungsbereiche auch von zwei Gruppen bearbeiten lassen. So, wie bildest Du jetzt die Gruppen? Zähl einfach durch. Also fang an, vorne links, und zähl 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, und dann sag Du gar nicht mehr den Nummern, sondern die haben ja dann das Prinzip schon auch mitbekommen, und dann werden sie selber schon sagen, 1, 2, 3, 4, 5. So, und alle, die eine 1 genannt haben, sind eine Gruppe, alle, die eine 2 genannt haben, sind eine Gruppe, alle, die eine 3 genannt haben, sind eine Gruppe und so weiter. Das hat den wunderbaren Vorteil, dass Du eine maximale Mischung bekommst und auch die einmal miteinander arbeiten, die sonst vielleicht weniger miteinander zu tun haben. Die Aufgabe ist, dass jede Gruppe die drei wichtigsten Auswirkungen auf ein Papier schreiben sollen. Die drei wichtigsten Auswirkungen. Verknappt das, weil Du hast ja auch auf der Dienstbesprechung, hast Du ja nicht ewig Zeit. Und in der Regel ist es so, dass die drei wichtigsten auch immer die drei brennendsten sind. Klar gibt es immer noch mehr Auswirkungen, aber wenn Du schon mal mit den drei wichtigsten aus jeder Gruppe anfangen kannst, hast Du aus meiner Sicht schon total viel gewonnen. Das Nächste ist, gib für die Erarbeitung der drei wichtigsten Auswirkungen 15 Minuten Zeit. Natürlich kann man da noch länger drüber reden, aber dann wird das Ergebnis nicht besser. Gib 15 Minuten Zeit. Und innerhalb der 15 Minuten, da ist auch die Zeit einberechnet, dass sich vielleicht alle erheben, dass sie sich im Raum verteilen, um sich zusammenzustellen, dass vielleicht auch der ein oder andere unbedingt dann noch einmal einen Kaffee nehmen muss, 15 Minuten. Wichtig ist auch, dass wenn es irgendwie geht, bleibt im selben Raum. Damit lässt Du die Energie der Frage auch im Raum. Und natürlich, wie ich das gerade gesagt habe, ist es auch möglich, dass sich so eine Dreier- oder Fünfergruppe mal eben in einer Ecke zusammenstellt. Stehen ist ja durchaus auch immer mal eine gute Maßnahme, um nicht zu lange zu sitzen. Jede Gruppe entscheidet für sich, wer das Ergebnis stellvertretend für die Gruppe vorliest. Ja, und wenn die 15 Minuten vorbei sind, dann liest eben jede Gruppe oder der Sprecher jeder Gruppe liest dann nochmal vor, um welchen Themenbereich die sich gekümmert haben und welche die drei wichtigsten Auswirkungen sind. Die Papiere pinnst Du dann an die Wand, wo auch immer Du Platz hast. Du kannst sie an die Fenster kleben. Vielleicht habt Ihr auch eine Pinnwand da oder Ihr habt einen Flipchart-Ständer da. Wichtig ist, dass die Ergebnisse aus den Gruppen aufgehängt werden, sodass sie im Raum für alle sichtbar sind. Wenn es irgendwie geht, dann besorgt Dir auch Flipchart-Schreiber, Textmarker, also nicht die Textmarker, mit denen man Texte so leuchtend macht, sondern Flipchart-Marker. Dann können nämlich die Ergebnisse auch gut abfotografiert werden oder vorgelesen werden. und vertraue darauf, vertraue darauf, dass Du Antworten bekommst, weil ich weiß, Du bekommst Antworten aus der Gruppe. Ihr habt jetzt also die traurige Wirklichkeit im Raum und an der Wand hängen. Dieses Vorgehen wird ein wenig mehr Zeit kosten, als wenn Du die Auswirkungen selbst aufzählen würdest. Also rechne mal nur für dieses Thema bis hierhin circa eine Stunde. Letztendlich wirst Du unglaublich Zeit gewinnen, wenn Du dieses Thema dann vom Tisch hast. Die Chancen dafür stehen nämlich gut. Warum? Weil Deine Mitarbeiter sich gefragt fühlen und ihre Fähigkeiten einbringen können. Sie fühlen sich in ihrer Kompetenz gesehen und eben nicht nur als Anweisungsempfänger. Mach das, lasst das, macht dies, macht das dies nicht, sondern Du arbeitest mit einem Team von Menschen, von denen jeder unglaubliches Potenzial hat und von denen jeder tagtäglich seine Fähigkeiten und seine Kompetenzen beim Pflegekunden vor Ort unter Beweis stellt. Und es hat für jedes Verhalten, hat das Gründe. Und deswegen nimm, wenn Du das bis jetzt noch nie in Betracht gezogen hast, nimm den Mut auf und lass diese Auswirkungen auf Dein Thema von Deinem Team bearbeiten. Denn nur durch die Beteiligung kommst Du dazu und das war ja der Ursprung der Frage, dass mehr Verantwortungsbewusstsein entsteht. Ich meine, die Frage ist ja, wofür soll ich denn Verantwortung übernehmen? Und mit der Bearbeitung der Auswirkungen haben Deine Mitarbeitende nochmal ganz deutlich sich selbst erarbeitet, welche Verantwortung sie haben, weil die Auswirkungen sind ja beträchtlich. Und bei den Auswirkungen wirst Du feststellen, nein, es geht nicht darum, Dir einen Gefallen zu tun. Mach das doch bitte für mich. Mach das doch bitte für mich. Nein, wenn wir uns das noch einmal anschauen, die Auswirkungsbereiche waren, welche Auswirkungen hat es auf den Pflegekunden, welche Auswirkungen hat es auf den Pflegedienst, welche Auswirkungen hat es auf Euer Team, auf die Zusammenarbeit zwischen Dir und dem Team und auf die Arbeitsabläufe. Also es geht nicht darum, zu bitten und zu betteln, weil es geht nicht um Gefallen, Dir einen Gefallen zu tun. Es geht um Euer Image, es geht um Zeitersparnis, also Deine Zeitersparnis, es geht auch um die Zeitersparnis im Pflegeeinsatz, es geht um Konfliktfreiheit und es geht darum, dass Eure Pflegekunden genau das bekommen, was sie brauchen, um gut zu Hause leben zu können. Also, die Auswirkungen habt Ihr jetzt zusammen gesammelt und auch hier ist meine Empfehlung an Dich, würdige die Ergebnisse, bleib in Deiner offenen Haltung, so großartig, dass Dein Team sich das selbst erarbeitet hat. Bitte komm nicht auf die Idee, so zu denken, na, das habe ich ja auch schon gepredigt, die letzten 24 Dienstbesprechungen lang. Das ist eben Unterschied. Je höher Dein Redeanteil in der Dienstbesprechung ist, desto eher mehr rauscht an den Einzelnen vorbei. Und wenn überhaupt nicht klar ist, wozu und wofür Verantwortung übernommen werden soll. Und natürlich ist das den Einzelnen klar, aber jeder interpretiert das doch für sich selber. Also schafft Euch eine gemeinsame Sicht der Dinge, wofür Verantwortung zu diesem Thema übernommen werden muss. So, der nächste Schritt in der konstruktiven Kritik, da geht es jetzt um Lösungen. Und hier sind die entscheidenden Fragen, welche Ideen habt Ihr, wie wir das verändern können. Was könnt Ihr selbst tun? Was braucht Ihr von mir? Welche Abläufe müssen wir ändern? Vielleicht hast Du Zeit, die Ideen noch auf derselben Teambesprechung zu bearbeiten. Rechne dafür, das kommt ja immer darauf an, wie viele Mitarbeitende Du in Deiner Teambesprechung hast. Rechne da also gut nochmal eine halbe Stunde bis Stunde dazu. Du musst jetzt für diese Bearbeitung nicht mehr unbedingt Gruppen bilden, das kannst Du tun. Du kannst aber auch einfach fragen, so jetzt lasst mal Ideen sammeln. Was auch immer eine gute Idee ist, weil so der erste Angang, Ideen zu nennen, der braucht immer mal ein bisschen Zeit. Deswegen könntest Du auch sagen, schreib doch jeder mal für sich das Erste, was ihm einfällt, für sich auf. So, und dann sagst Du, jetzt lasst uns sammeln. Und das, was Du genannt bekommen hast, das schreib Du auf. Ich empfehle Dir ja dringend, dass Du auf jeden Fall einen Flipchart-Ständer immer mit dabei hast in Deiner Teambesprechung. Dazu erzähle ich aber auch noch mehr in den nächsten Folgen. Okay, wenn Du aber keine Zeit hast, mehr das Thema auf der Teambesprechung weiter zu bearbeiten, weil Du ja noch mehr Tagesordnungspunkte hast, dann beende das Thema, aber nenn die drei oder vier Fragen schon, die ich gerade genannt habe. Die schreibe ich auch auf die Webseite zum entsprechenden Artikel PA32 sind wir. Also beende das Thema mit den drei genannten Fragen. Und dann nimm das Thema bei der nächsten Dienstbesprechung wieder auf und lade aber auch schon ein, dass, wenn Ideen kommen und Antworten da sind, Du, die Dir ganz gerne auch schon gemailt werden können oder geschrieben werden können oder Ihr Euch WhatsApps schreibt oder wie auch immer Ihr miteinander kommuniziert. Ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, bleib zuversichtlich, auch wenn Du keine Ideen geliefert bekommst. Du bist mit diesem Vorgehen, mit dem beteiligenden Vorgehen, gehst Du ja in eine möglicherweise andere Richtung, als Du das vorher auf den Dienstbesprechungen gemacht hast. Wenn Du vorher immer nur Infoveranstaltungen gemacht hast, wenn Dein Redeanteil der größte Anteil gewesen ist, dann braucht es Zeit, dass Dein Team Vertrauen aufbaut. Vertrauen darauf, dass Du es ernst meinst, dass Du wirklich mit deren Meinungen auch weiterarbeitest, dass Du Wert legst auf deren Meinungen. Das braucht Zeit, also das braucht je nachdem, wie Euer Team, wie die Vertrauensbasis ist, kannst Du bestimmt mal so drei bis fünf Teambesprechungen rechnen, bis das wirklich deutlich wird, oha, das ist ja wirklich so, dass wir gefragt werden und wir auch ernst genommen werden. Bleib also geduldig und bleib dabei, Deine Mitarbeitenden, Dein Team zu beteiligen. Nämlich dann merken Sie, dass das gar keine Eintagsfliege gewesen ist. So, und jetzt kommen wir zu dem fünften Schritt und der fünfte Schritt ist eine Vereinbarung. Also egal, ob jetzt schon auf der ersten Teambesprechung oder auf der darauf folgenden, wenn Ihr Euch auf ein paar, also zwei, drei Lösungen entschieden habt, Ihr werdet nicht sofort jedes Thema komplett bearbeiten können, aber wenn Ihr zwei, drei Lösungen entschieden habt, gefunden habt und wie entscheidend in einer Gruppe geht, dazu erzähle ich dann auch in einer anderen Folge mehr. Also wenn Ihr das habt, dann hol Dir von jedem ein Commitment ein. Commitment, ich finde das englische Wort einfach am schönsten, das hört, auf Deutsch heißt das nämlich Selbstverpflichtung und das Wort finde ich nämlich gar nicht schön. Also hol Dir ein Commitment ab, eine Zustimmung ab, kannst Du auch sagen. und um eine Zustimmung einzuholen, eignet sich wunderbar eine Skalenfrage. Also die Skalenfrage kann sein, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, das mache ich nicht und 10 bedeutet, ich werde mich daran halten, also auf das, was Ihr als Lösungen erarbeitet habt. Wie sehr können wir uns darauf verlassen, dass ich mich an die Verabredung halte? So, das ist ein Beispiel für eine Skalenfrage. So und immer, dann guckst Du einfach jeden an oder Du kannst auch einleiten und sagen, wer beginnt, beginnt. Dann ist immer, sind immer die, fühlen sich dann eingeladen, die eh immer auch ganz gerne schnell dabei sind. So und dann guckst Du, dass Du von jedem eine Zahl genannt bekommst. Lass die Dir gar nicht begründen, so in der ersten Runde, Sondern lass Dir einfach eine Zahl geben und bedank Dich auch für die Zahl. Auch wenn Du Zahlen hörst, die weniger als 10 sind, sag Danke und frag nach und nur die eine Frage, was brauchst Du, um eine 10 nennen zu können? Du wirst wahrscheinlich viel häufiger Zahlenwerte bekommen, so um die 8. Und das ist nämlich völlig menschlich. hier in unserem breiten Grat sind wir irgendwie so gepolt, gestrickt oder sozialisiert, dass ganz viele nicht gleich mit der 10 kommen, sondern sich eher noch so ein bisschen Luft nach oben behalten. Also frag einfach ganz sachlich und vor allen Dingen neugierig, was brauchst Du, um eine 10 nennen zu können? Lass Dich an der Stelle gar nicht auf Diskussionen mit Einzelnen ein. Wenn Du merkst, das wird schwierig oder da fällt jemand in Rechtfertigung oder in Angriffsverhalten oder ähnliche Verhaltensweisen, dann führe lieber ein Gespräch unter vier Augen, weil so ein Verhalten ist meistens ein Zeichen dafür, dass dann noch andere Sachen im Verborgenen wirken und das Thema, was Du jetzt zum Thema gemacht hast, nur der Anlass ist, das, was da im Verborgenen blüht oder glüht sogar, ja, zum Ausdruck zu bringen. Okay, also meine Idee ist, beginne auf der, deiner Teambesprechung damit, Deine Mitarbeitenden zu beteiligen und zwar immer zu den Themen, wo Du jetzt schon denkst, boah, das habe ich schon tausendmal angesprochen und es ändert sich nichts. Das bedeutet nämlich, dass Du etwas verändern musst und zwar die Art und Weise, wie Du Deine Mitarbeitenden auf der Teambesprechung beteiligst. Als Haltung ist es total wichtig, dass Du offen dran gehst, offen, weil Du Dich freust, das gemeinsam mit Deinem Team zu machen und Du auch die Haltung hast. Es gibt für dieses Verhalten einen Grund und dieser Grund ist nicht, dass Ihr Euch gegenseitig ärgern wollt oder dass die Dir das Leben schwer machen wollen. Es gibt einen Grund. So, und Du gehst jetzt daran, diesen Grund zu ergründen. Ja, und dann ist ja meine Empfehlung, dass Du Dich an den fünf Stufen der konstruktiven Kritik anlehnst und die ersten beiden Schritte, nämlich die Tatsache nennen und die Ich-Botschaft setzen. Das ist Dein Part, da hast Du Redeanteil und dann geht es darum zu sagen, also es hat immer Auswirkungen verhalten und zwar wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen, welche Auswirkungen das denn hat und die Auswirkungsthemenbereiche, die gibst Du vor und dann gibst Du die Frage in kleine Gruppen. Gib dafür fünf, zehn Minuten und wenn dann auch noch Kaffee geholt werden muss, dann mach nach 20 Minuten auf jeden Fall weiter. Mehr als 20 Minuten nicht. Und dann lass Dir die drei wichtigsten Auswirkungen nennen und dann leite ein, wenn Du dann keine Zeit mehr hast. Leite ein mit den Fragen und welche Ideen gibt es, wie wir jetzt diese traurige Wirklichkeit verändern können. Was könnt Ihr selbst tun? Was braucht Ihr von mir und welche Abläufe müssten aus Eurer Sicht geändert werden? Okay, jetzt kommt natürlich wieder der Action-Step und der lautet diesmal, überleg Dir doch bitte einmal, mit welchen offenen Fragen Du in Deine nächste Teambesprechung gehst. Wenn Dir das mit der Gruppeneinteilung noch ein bisschen zu heavy erscheint oder wenn Du gar nicht das Thema hast, was jetzt das Thema in dieser Podcast-Episode und das Hörerthema gewesen ist, ist ganz egal. Überleg Dir einfach, mit welcher offenen Frage Du in Deine nächste Teambesprechung gehst und wie Du es schaffst, die Ideen zu Deiner offenen Frage von Deinem Team einzusammeln, weil Dein Team ist wunderbar, hat ganz viele Ressourcen. Die gilt es, ans Tageslicht zu holen. Okay, und wenn Du etwas ausprobierst, was Du vorher noch nie gemacht hast, ja, dann wirst Du Deine Komfortzone verlassen und deswegen werde ich in der nächsten Folge über Deine und meine Komfortzone sprechen. Auf meiner Webseite www.chc-team.com findest Du im Bonusmaterial einen Link zur konstruktiven Kritik im Mitarbeitergespräch und ich füge noch etwas mehr Text dazu. Das wird allerdings eher Mitte bis Ende der Woche sein. Diese Podcast-Episode plane ich zu veröffentlichen am Montag den jetzt muss ich auf den Kalender gucken 21. August und an diesem Montag werde ich in der Nähe von Verona sein, weil wir mit Freunden zusammen deren Hochzeit feiern und deswegen werde ich zu den Texten erst Mitte, Ende nächster Woche kommen. Du kannst ja immer mal wieder vorbeischauen. Meine Webseite kennst Du ja wahrscheinlich schon und wenn nicht, meine Webseitenadresse habe ich ja auch schon einmal genannt. Und jetzt sage ich, bleib gespannt und wenn Du das bis jetzt noch nicht getan hast, dann trag Dich in meine VIP-Liste ein. Very Important Persons dazu gehörst Du. Unbedingt Du. Du bekommst dann immer aktuell mit, wann ich was für Dich bereitgestellt habe. Und das kannst Du auf meiner Webseite direkt auf der Startseite ganz schnell erledigen, Dich einzutragen. Ich freue mich, wenn Du weiter dabei bist und Dich als Teil unserer Community, unserer Gemeinschaft fühlst. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mach Dir Deine Praxis leichter. Tschüss. Deine Claudia. Claudia Henrichs.